Jo, liebe Freunde, was geht ab? KorrajaTV mit Dragonball Xenoverse. Leider habe ich ein kleines Problem. Meine Stimme, wahrscheinlich hört man es auch, ist dran am Versagen. Kurz stumm geschaltet, weil es echt heftig ist. Wenn es schlimmer werden sollte mit meinem Hustner, werde ich mein Headset so lange ausmachen. Das ist kein Thema. Das mache ich gerne für mein Team. 150 Abonnenten mittlerweile habe ich, was ich richtig gut finde. Das ist schon mal echt eine geile Zahl. Töter für die kleinen Geregis machen. Kleine Cell Juniors. So, Gohan gegen Cell Juniors. Besiege 6 Cell Juniors. Das ist ja kein Thema. Schmerzen, die sich für dich schmerzen. Es ist doch nichts zu schmerzen. Ich werde jetzt nicht das, mich werde ich nicht mehr verletze. Der ist doch nichts zu sein. Da ist doch nichts zu sein. Es geht wiederum. Ich werde mich nicht mehr daran erinnern. Los geht's nicht mehr da. Das sind sie! Das ist gut. Ich habe mich wieder gefühlt. Ich werde die Räume nicht wiederholfen. Ich werde mich wiederholfen, wie ich mich verletzen kann. Ich werde mich wiederholfen, wie ich mich verletze. Ich werde mich nicht mehr auf den Hügel verletzen. Ich werde mich nicht überlegen. Ich hatte mich nicht auf die Hügel. Ah, boah, das sieht immer, dass ich mehr Ausdauer brauch. Ah, da habe ich eine Freundschaftabfrage gekriegt, da habe ich davor gegen einen gespielt. Wow, 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 wow. Wow. Ah, das wollte ich jetzt nicht einsetzen schon. Jetzt kommt noch mal drei von den scheiß Bastarden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war's für mich. Hach! Ich kann nur voll aufhählen. Ich bin jetzt! Mirata, ich bin sofort. Ich bin sofort der Tore. Ich bin sofort der Tore. Ich bin sofort der Tore. Das ist scheiße. Das hätte ich nicht geschafft. Es war ja auch klar. Ich habe auch keine einzige Bohnen mehr gehabt oder was. Okay, Leute. Ich muss mich zukaufen. Es geht nicht anders. Und das geht es echt nicht. Ich muss mal ein paar wieder von diesen Dingern kaufen. Ja, der Lämmer hat mal ein bisschen da rumlatschen. Aber es sieht auch cool aus mit Trunks. Das sieht auch cool aus, finde ich. Alle Grandballs habe ich halt noch nicht. Ich glaube, erst vier Stück oder so habe ich. Drei Filme noch. Das sieht aber auch nicht schlecht aus. Flügel. Engelsflügel. So was würde ich hier zum Beispiel nicht nehmen. So was wäre nicht mein Ding. Oh, wir klagen. Kaufen. Ja, das ist nämlich das, was ich nicht habe. Und noch von denen hier. Ich will jetzt irgendwas Neues zum Anziehen. Ja, ja, stimmt ja. Ich habe den ja neu angezogen. So, Gohan als Kind. Hier ist der Kostümverleih. Das kann ich ja nicht anziehen. Einen Eltenanzug. Das kann nur Dings. Das habe ich schon. Also, keine Ringer. Ne. Nein. Nein. Ah, doch. Es. Andere habe ich angeblich nicht. Und jetzt bin ich gegen diese verdammten Idioten bereit. Es ist auch wirklich die Scheiße. Die mischen sich überall ein. Dieses Cellbabys. Hm. Äh, so ähnlich sehe ich auch aus. Ja, gut, ich habe es halt, wir sind jetzt, weiß-schwarz gemacht, so. Ich bin doch einmal so weiß-schwarz, 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 das Schwarz-Weiß-Träger. Später wahrscheinlich, wenn ich mehr Sachen habe, da kann ich mal gut, bisschen bunt machen, so, so. Wies mehr Farben spielen. Das Pikul als Trainingspartner haben. Aber wir haben noch nicht- Ähm, G pessoinen fertig. Warum auch immer. Hä. Hä. krank ein nehme ich für euch auf das ist das ist echt heftig der blute der kopf kopf ist angeschwollen und heutzutage schwoll ja es ist es ist es 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 wie es das war es das Wunderschön! Das war's für heute. Ich habe eine große Herausforderung, aber ich möchte diese Herausforderung geben. Aber wie soll ich diese Herausforderung geben? Da kann man mich noch angreifen, ne, Leute. Boah, mein Gott. Ich krieg gleich Attacken. Wegen so'n Cellbaby. So, manchmal denk ich mir echt, das ist doch richtig scheiße, was ich da abliefer, ey. So, ich weiß nicht, was ich da abliefer, was ich da abliefer, was ich da abliefer, was ich da abliefer. So, ich weiß nicht, was ich da abliefer, was ich da abliefer, was ich da abliefer, was ich da abliefer. Das war ganz normal, stehen bleiben, du fette Hure. Oh, ich weiß nicht, was ich da abliefern. Das war's für mich. Ich bin sofort da. 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 Der Mann, der ist schon so schön. Ich bin so schön. Schuhe! Was ist der? Ich bin der Moment! Ich bin der Moment! Ich bin der Moment! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann, um zu kurz, um mich zu schützen. So, das habe ich schon mal geschafft, obwohl es nicht die Scheiße von mir war, oder? Ja, das war ja klar, das ist verständlich. Das verstehe ich auch. Das ist, äh, klar, dass da nicht so mein Ding war. Ich glaube, ich bin der Vater von Sons-Gokun. Ich glaube, ich bin der Vater von Sons-Gokun. Ich glaube, ich bin der Vater von Sons-Gokun. Mira, Krieger aus der Zukunft. Besiege Mira. Ich glaube, ich bin der Vater von Sons-Gokun. Ich glaube, ich bin der Vater von Sons-Gokun. 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 irgendwie hat er keine Chance der Kader und Alix am Boden Leiter Jogler Das wird so eingesetzt, wie ich wollte. 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 Das wird so eingesetzt. Das wird so eingesetzt, wie ich wollte. 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 Räumen! Sieht her! Er ist weg? Er ist weg? Na gut они! Ma... man... wo�我? Das ist er! Kaeya-sama mit mir. Ich werde nichts Temple. Der Mann, der kann ja auch noch einmal mal konnte ich immer schon ein bisschen Schaden zufüge besser als BG ich nicht schille ich muss unbedingt die Transformationspassation bekommen Vanderson Kamehameha Beste Auch diese... Kya Jürg olduğ, beißen Jürgültes 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 oder dazu dafür definitiv eine Saga und das merke ich auch gerade da merke ich das gerade eine Szene fehlt und ihr wisst welche die Cyborg Saga fehlte definitiv wie sind das Ginyu? Oh Gott ich bin der Saiyajin der Erde was von jetzt ja gut ich hatte es aus dem Saga von Xenoverse aber hier machen wir kurz den Schnitt rein und ziehen es